Heute erwarte ich ein Umstyling für ein frisches, neues Sommeroutfit, das zu meinem Typ passt. Sie kann gut Farbe tragen und sie hat sich gewünscht, Outfits, die sie im Alltag anliegen kann, dass sie Tochter hat und dann auch im Ausgang oder im Geschäft. Ich versuche, ihr einen sportlich, eleganten Stil zusammenzustellen. Ich mache ihre dunklen Augenschatten in den Dritten. Sie haben eine ganz so starke Brille, die ihre Augen kleineren und ihre Augen optisch begrössern. Andrea hat sich schlussendlich entschieden für das gemusterte Overall. Ich finde den Stil super, mit heilen Accessoires dazu kombiniert und Jeansjacke. Perfekt. Am heutigen Tag mit Tatjana nehme ich mit, dass ich Farbe bekenne und neue Muster probiere und so frischer wirken kann. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020